Servus Dachkrone Team. Ich bin Sebastian Schaiblauer, Spengler und Dachdeckermeister, Industriekletterer und Geschäftsführer der Martin Bedachungsgesellschaft MbH und führe den Betrieb der Schwiegereltern in vierter Generation. Wir beschäftigen insgesamt sechs Mitarbeiter im Büro und auf der Baustelle. Wir haben uns auf Spengler und Abdichtungsarbeiten spezialisiert. Zusätzlich sind wir an unzugänglichen Bereichen für unsere Kunden, aber auch Kollegen unter Anwendung der Industrieklettertechnik zur Stelle. Seit Ende 2022 arbeiten wir in der Kirche unserer Heimatgemeinde Hohenschäftler. Mit diesem besonderen Projekt bewerben wir uns für die Dachkrone 2023 in den Kategorien Bestes Projekt sowie Team und Tradition. Bei diesem Projekt sind wir für alle Spengler und Dachdeckerarbeiten zuständig. Für die Kategorie Bestes Projekt sind besonders erwähnenswert die aufwendig gegliederten Gesimsblecher aus Blei, die mittels Bleifuge bzw. Stopfblei an das Mauerwerk angeschlossen und mittels Hartlöten verbunden werden. Aber auch das von uns designte und entworfene Gesimsblech am Turm. Das Charakteristische hierbei sind mehrfache Verkantungen, konkave und konvexe Formen und die immer vorhandene indirekte Befestigung durch Hafter und Einhangglächer. Eine weitere Einzigartigkeit bei diesem Kirchturm ist sein Aufbau. Der Planer hat die Anforderung an eine immer vorhandene Hinterlüftung gestellt. Diese Herausforderung bewältigen wir mit einer durchdachten Lösung mit mehreren Einhang, Tropf, Drauf- sowie Lochgitterblech. In der Kategorie Team und Tradition sehen wir neben den traditionsreichen Handwerksarbeiten mit Blei, Kupfer und Schiefer vor allem das Team ganz vorne. Echte Teamarbeit ist nicht nur bei der Dacheindeckung aus Schiefer und der großen sowie stark gegliederten Dachfläche essentiell, sondern auch bei der Vorortmontage und dem Zusammenfügen der einzelnen Gesimmsteile. Hier mussten die Teile millimetergenau mittels Hartlöten gefügt werden. Hier waren teilweise bis zu drei Kollegen mit einer Gärung beschäftigt. Das Einzigartige und große Projekt können wir gemeinsam mit der Firma Willi Wachter bewältigen. Ganz nach dem Motto kooperieren statt konkurrieren. Für solch ein umfassendes Bauvorhaben ist ein großartiges, kommunikatives, funktionierendes und eingespieltes Team notwendig. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Genießen der Baustelleneindrücke und freuen uns jetzt schon auf das gemeinsame Treffen und den regen Austausch zwischen Gleichgesinnten. Mit besten Grüßen aus Oberbayern. Genießen. 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 Genießen.